Da ist die Bude. Kannst du von oben sehen, wo ich liege? Nö. Gerade kann ich gar nichts, weil ich verkloppe hier gerade ein Dino seit einer halben Stunde. Gott sei Dank. Sag ich doch an Dilo. So, alle meine Waffen sind kaputt. Aber ich habe ihn gekriegt, Level 20. Da oben ist unser Haus. Ja, da muss er irgendwo runtergefallen werden. Ja, ja, ich bin hier irgendwo im Haus. Warte, ich guck mal, ob ich da unten unten irgendwas... Ob du von da oben irgendwas sehen kannst. Ja. Ich stelle dich da hinten auf das Haus, auf die Fassade. Ach. Ach. Ich muss eigentlich eher in die andere Richtung schleudert worden sein, da wo der Dilo ist. Pass auf, der ist da direkt. Siehst du da sonst noch irgendwie, dass da was von mir liegt? Oder ich? Nee. Ja, aber so weit bin ich auch nicht geflogen. Ja, also, jetzt bin ich. Ja. 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 Das war's für heute. Das kann doch nicht sein, das muss doch nicht sein. Ja ja, irgendwo muss der Rotz hier liegen. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Siehst du mich hier oben? Rechts vom Haus? Ich sehe hier oben nur so schwarze Flecken, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Guck mal hier rüber. Ich bin da, wo das Lagerfeuer ist. Genau, da geradeaus. Da gerade, ja da hinten ist der Dilo. Rechts. Oh. Ja, bist du dran vorbeigelaufen? Ne, dann ist es das. Ne, da sind nur noch Flecken im Stein. Das ist aber scheiß. Ich kann aber auch hier nicht mal in Ruhe gucken, weil dieses blöde Fieder abhängt. Das wäre schon ziemlich ärgerlich wegen den Lederklamotten. Du bist aber nach ganz unten gefallen, ja? Ich bin komplett von der Klippe runtergedonnert, ja. Weil manchmal liegt man ja auch noch halb auf der Klippe. Ne. Ja, man liegt halb auf der Klippe, aber ich bin wirklich in hohem Bogen weggesegelt. Das weiß ich nicht, ob ich vielleicht sogar bis zum Strand geflogen bin. Oh. Ne, ich glaube die Sachen sind weg. Waren da jetzt noch keine 15 Minuten? Ich wollte an dem Haus zurückrennen. Das war in diese Richtung. Und wurde dann irgendwie neben dem Haus erwischt und bin hier seitlich weggeflogen. Oh. Oh. Ne, da ist ein Schnitt im Boden. Ich habe ein paar Grafikfehler. Oh. Ja, ich meine, ich bin hier ins Gestrup gedonnert. Ja, aber wenn du weg bist, dann ist ja trotzdem noch dein Zeug erstmal eine Zeit lang da, oder? Ich weiß es nicht, wie das ist. Wie bei mir letztens. Ich habe mich ja auch nicht mehr gefunden. Ja, aber es muss hier irgendwo sein. Also es ist auf jeden Fall grün gewesen, wo du geflogen bist. Ehrlich gesagt weiß ich das schon gar nicht mehr. Ich bin dann immer so entsetzt und ich habe mich gar nicht merkt, an welcher Position. Du siehst ja auch nichts mehr. Du siehst ja nur noch den Todesscreen irgendwie und dann... ... Hier! Oh. Siehst du mich? Ähm, gerade nicht, Moment. Geradeaus, ich habe dich gerade aufgenommen sehen. Richtung... links neben dem Haus. Links neben... hat er da. Ja, du läufst auf mich zu sehen. Ist er genau da, wo der Dealer rumgeschlendert ist? Hast du gefunden? Ah. Access Inventory. Take all. Clothes. Inventory. Hut. Shirt. Guts. Buchs. So, der Rest ist ja schon. Und... Ähm. Na, Gott sei Dank. Gebe ich eigentlich auch Heid? Hm. Hm. Nee. Schatz, ich bring Fleisch mit. Juhu. Ist ja mit der Musik los. Ich hab das Gefühl, die wiederholt sich. Und... Ja, ist irgendwie so... Ach nee, das ist... Geht schon wieder Nacht. Ach. 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 Ach, so. Ja, Junge, beruhig dich. Bist doch nur müde. Hoch. So. Bisher, es bringt was, wenn man das zusammen macht. Ja. Aber auch genau in so einen Busch reingefallen. Ja, das hat man doch echt kaum gesehen. Weißt du, wie ich das gesehen habe? Ich bin dran vorbeigelaufen und klack mich auf die grüne Schrift drauf. Achso. Ja, Schwein gehabt. So, da bin ich wieder. Rüdiger, Rüssel, Bertha und Philipp erwarten mich. Mit einem dicken Schiss, wie immer. So, ich muss mal eben meine Axt reparieren. Ich muss hier auch einiges reparieren, oder? Äh, was braucht man denn dafür? Ich war gestert immer da. Ein Flint noch. Oh, wo ist denn... Ist hier oben gebaut? So, die ist wieder Jams. Zack. Flint zurück. Ist das Feuer an? Ah ja, perfekt. Brauchst du noch Flint? Ähm, oh. Was haben wir denn für vieles Fleisch hier? Ja. Nicht schlecht. Das Blöde ist, dass das so schnell schlecht wird. Ja gut, aber wenn es brätzt, dann ist es nochmal 10 Minuten länger. Okay, ähm... Was ist jetzt hier drin? Holz. Ähm... Oh, ich hab dann auch ne Wundenbohr, ey. Ich hab auch 10 Hain, ne? In die Holzkiste gefangen. Mhm. Das erste ist dann die Holzkiste, oder was? Äh, ne, jetzt nicht mehr. Da was denn? Ja, da war die Holzkiste, oder? Ah. Da müsste auch ne Menge Holz noch drin sein. Ja. Es fehlt jetzt noch, ah, da... Holz. Also ich find's wirklich sinnvoll, zwei so Wasserflaschen zu haben. Es war bei mir, ja, das Wasserzeichen schon wieder bis über die Hälfte leer. Dann hab ich eins genommen, und wenn der wieder halb leer ist... Ne, wenn der wieder leer ist, genau, dann kannst du das andere tun. Hm. So. Kann man das irgendwie drehen? Ist das jetzt richtig? Ich kann das... Doch, ist richtig. Ach so, wegen dem... ...Suppel meintest du, ne? Halt. Stimmt. Halt. Halt. Aber hier nicht auch noch was drin. Halt. Arasaurus-Sattel? Ne, fällt immer noch. Hm. Hier ist noch neun, Halt. Ist ja alles durcheinander hier. Ja, baue... Ja, räume auch. Dino-Glases, die brauchen wir nicht. Ne. Ne. Du bist so raus. Oder? Halt, ich kann nicht. Brauchst du nicht. Jetzt sind sie eh die Klippe runtergefallen. Ähm... Ja. Oh, hier ist ja wieder Holz. Sollen wir nicht erst mal einen Schlafsack machen? Oder ein Bett? Ach so. Tja, brauchen wir ja auch, ne? Ja gut, lass uns erst mal alles... Also erst mal... Ich meine, wir wissen ja jetzt immer, wo wir hin müssen. Ja gut, das geht von da hinten aus. Müssen wir rüberschwimmen und dann... ...bisse hier. Ich bin schon wieder kaputt, ja. Ich wollte doch die Kacke kaputt machen. Hast du jetzt ein Loch ins Haus gebraucht? Ja. Kann ja mal passieren bei so übermenschlichen Kräften. Wutten Foundation. Wutterschweiber. Lacht da jetzt mal nix von, ne? Uff. So, da steht's so wieder. Oh, ja. S' Blickra Seagradi. Oh, ja. Oh, ja. Oh.